Hm, ich dachte ich kommt drauf. Na gut, wir puddeln, ja wir puddeln, genau, wir paddeln trotzdem ganz rein, weil das Fass ist nämlich unsere Ausrichtung. Da, die 7, 8, das Fass ist unsere Ausrichtung. Wir müssen dann dorthin. Wir machen mal kurz hier auf das Boot. Schauen wir mal ob wir drauf kommen, wir müssten eigentlich drauf kommen. Das Paddeln tun wir trotzdem mal nicht verlieren. Hoffen wir mal, dass wir es nicht verlieren. So, auf die Hütte. Den Motor brauchen wir nicht. Wasserbottel brauchen wir auch nicht. Oh, eine Axt. Pocket Knife, okay. Den Eimer. Den Eimer. Wollen wir nicht. Die Axt wäre aber mal sehr interessant. Dann können wir die hier mal wegschmeißen. Und die hier mitnehmen. So, geh du mal zu. Weil, hier wird nicht bestimmt wieder eine Kiste. Was ich wieder gemein finde. Dass man dort nicht drauf kommt. Hier ist ein Flair. Ne gut. In Flair. Gut, nichtsdestotrotz. Da ist nichts weiter. Die 7, die 8. Und wir puddeln und wir puddeln. Ich weiß nicht, warum wir puddeln sagen. Wir paddeln. Wir paddeln mal wieder zurück. So, das Fass ist dort. Schauen wir mal, ob wir auch so weit kommen. So. Und wir sehen, ob unsere Insel ist. So, wir haben zumindest eine Axt. Ja, eine Axt. Haben wir gefunden. Genau. Das haben wir so gesehen. Und wir müssen auch... Das haben wir so. Ja, in die Richtung. Wir nehmen die Insel gerade aus. Schauen wir mal, ob es da richtig schön ist. Ich müsste aber eigentlich hinhalten. Hm, gucken wir mal. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Ach ja, diese Padelei. Ich hätte ein Fernglas mitnehmen sollen. Ich hatte glaube mal eins, oder? Beim letzten hatte ich glaube eins gefunden. Hätte man zumindest ein bisschen gucken können. Von der Ferne schon. Wegen hessischer Fernglas. Was es denn so schön ist. Ach ja, ach nee. Dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm. Hm, 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 hm. Necken. Müssten ja fast nur da sein. So, da ist auch schon mal ein gestrandeltes Boot. Ähm, ja, das sind wir. Schon mal richtig. Finde ich. Finde ich. Finde ich. So, mal gucken. Jetzt haben wir mehr Steine, wir haben mehr Sticks. Müssen wir mal sehen, ob das jetzt reicht. Habt ihr gerade den Hai gesehen? Da ist er. Der böse, der böse, böse Haie da. Oder sind wir jetzt an der ganz falschen Insel rausgekommen? Weil die Köpfen nicht so bekannt vorher. Als hätten wir das letzte Mal festgesessen. Eventuell. Nee, es scheint die Rechte zu sein. Denn der Bogen hier vorne, der Köpfen, sie bekannt werden. Und die liegen immer bei Kokosnüssen. So. Paddel da hingeschmissen. So, und dann sage ich mal, das wäre der Gän. Ich weiß nicht, wieso öfters das Wort kümmert, das wäre der Gän. Keine Ahnung. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nee. Brauchen wir mal die fünf, nee, die sechs. Foundation, nö. Das würde ich auch nicht. Ähm. Kann das gerade sein, dass ich meine Axt weggeschmissen habe. Jetzt habe ich zwar diese Axt, aber ich kann da gerade nicht viel machen. Nehmen wir mal einen Stein mit und einen Stick mit. Und schmeißen mal den Stein und den Stick hier hin. Und dann tun wir mal eine intruded Axt bauen. Ne. Vier. Jetzt tun wir das ganze noch mal bauen. Ich habe so die Faxen dicke. Jetzt habe ich die Axte. 1, 2, 3, 4, 1. So, das tun wir jetzt alles hier oben hinschmeißen. Jetzt habe ich die Faxen dicke. Dann bauen wir vielleicht noch mal so ein Camp frei und mindestens genug Steine haben wir ja eigentlich. So, Camp fire, crewed axt, crewed axt, Axte, genau. Wo ist denn ... Ich will auch keine Foundation bauen. Wieso, wieso geht denn das jetzt nicht? Camp fire, ne, ja. Das will ich auch nicht wieder angehen. Warum nicht? Und das ist vielleicht noch mal so ein ... Wenn ich jetzt bitte ein Camp fire mache, dann ist es wieder schlecht. Das ist wieder Mist. Kann nicht sein. Brauche ich vielleicht mehr Holz? Brauchen wir vielleicht mehr Holz oder so? Ich will es nämlich öffnen. Okay. Wisst ihr es vielleicht? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. So, irgendwie prügel ich gerade mit der Axt ziemlich lange ein. So, und jetzt tut mir ziemlich hart aufschlagen. Habe ich mir sagen lassen. Also diese Palme ruße ich keinen Meter. So. Also zumindest ich mich nicht wieder eh in Axt. Gut. Mal sehen, ob die denn wenigstens ... ... zerklädern kann. So, dann schauen wir mal, ob die wenigstens zerklädern können. Viel Hoffnung habe ich trotzdem nicht, aber ... ... schauen wir mal. So, dann nehmen wir mal noch ein Stick mit. Zack. Und irgendwo lagen auch noch Palmenblättern. Jetzt tun wir mal so viel sammeln, wie es geht, ja. ... das Fire Pit. Ne. Brauchen wir vielleicht noch mehr von diesen ... So. Zumindest mal was zu trinken in der Hand. Nehmen wir mal. Wisst ihr, wo die ist? Ja. Oder sind wir satt? Ja. Wir sind satt. Ähm ... Müssten irgendwo Palmenblätter liegen. Irgendwo hier am Strand liegen Palmenblätter. Die würde ich gerne mal mitnehmen. Wenn man jetzt noch wüsste, wo die liegen. Wenn man jetzt noch wüsste, wo die liegen. Hier liegt noch eine Palme. Ich könnte wetten, es sind zu wenig Steine, oder? Oder sind es zu wenig Sticks? Wäre es schon noch nicht. Wir müssen erst mal was loswerden. Also in den ganzen Sachen. Und da müssen wir erst mal ... ... ... ... Egal. Jetzt sammeln wir erstmal das hier ein. Die Sticks. Und schmeißen die alle hier auf den Haufen. Sexrock. Extents Campfire Live. So. Ähm. Bringt auch grad nicht viel. So. Dann tun wir hier noch ein bisschen loshacken. Weil ich jetzt bitte ein Campfire mache, dann ist es doof. Weil, ähm, ich finde, doof. Oh, ein Bett. Uh, uh, uh. Ich hab ein Bett. Ich möchte gerne irgendwo gerade liegen. Sleep. Ich kann schlafen gehen. Das ist ja sehr interessant. Und wieso kann ich das Ding schon mal in der Hütte aufstellen? Ey, ich kann zumindest, ich kann schlafen gehen. Das ist ja nice. Das ist ja richtig nice. So, ich glaub, wir müssen noch mal lospaddeln. Ich wüsste zwar nicht in welche Richtung, aber wir müssen noch mal lospaddeln. Leider... Ja. Findet man ja nichts so weit, oder nicht? Hmmm. Hmmm. Aber... Na gut, ich muss die Vision noch mal los. Campfire Riskiere ich es und ich mache ein Fire Pit Was? Äh, was ist denn hier passiert? Nee Das geht mir gerade, Thierrys, auf den Zünder Jetzt habe ich ja ein zweites Ein zweites hingebaut Und, was habe ich nun davon? Wieder Mist Ich habe wieder Mist Das wollte ich doch nicht, jetzt habe ich zwei Ich kann nur sleep at night Na gut, dann war es das hier erst mal gewesen Ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir wieder aufreisen Und dann tun wir das noch einmal updaten Zumindest versuche ich das mal zu updaten Zumindest können wir erst mal schlafen gehen Aber warum dieses Teil jetzt sozusagen nicht da drinnen platzieren, wo wir waren Das weiß ich jetzt auch nicht Vielleicht haben wir die Wände gefehlt Hm, wer weiß Gut, ähm, das war erstmal so richtig klar von gewesen Dann haben wir eben diese Woche nur zwei Folgen Ist auch nicht so schlimm Wenn es euch gefallen hat und ihr ein paar Tipps habt Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben Und mir den Daumen geben Wenn ihr mehrere Folgen von mir sehen wollt Nicht nur, ähm, Stranded Deeps Sondern auch andere Sachen Dann könnt ihr euch gerne abonnieren Dann seid ihr auf dem aktuellen Stand Also immer informiert Wenn ihr mit angebt, dass ihr benachricht werden wollt Dass ihr eine E-Mail haben wollt Wenn neue Videos kommen Und, ähm, ja, ansonsten Ja, wenn man da unten geht Wird ich gerne wissen, warum Dann kann ich vielleicht was ändern Oder euch zumindest fragen, warum es so ist bei mir Und, ähm, ja Ich würde dann sagen Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Hier auf meinem Straded Deep Einsame Insel Mit zwei Campfeiern mittlerweile Die nicht funktionieren Und, äh, ja Bis zum nächsten Mal Vielleicht besser Aber zumindest mit dem Bett Das ist schon mal viel wert Also, tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal